Herstliche Grüße aus München, die Hauptstadt des Bundeslandes Bavaria, Bayern. Lebendige Stadt, schöne Stadt mit anderthalb Millionen Einwohnern. Reinhardt, eine Flussche, die ihr bewerben habt. Reinhardt, eine Flusschenkruppe, die Autos zu sagen, sind die Flusschen. Ein Glanschen, hier ist es ein Schusschenkruppe. Ah, ein Glas, so Matthias aus München, die Leinhardt zu utilizieren. Vielen Dank, für ein Glas. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist Weltbekannte Marienplatz. Das Rathaus der Stadt, dreimal am Tage, jeweils um 11, um 12 und 17 Uhr gibt es auf dem Turm des Rathauses Glockelspiel, weltbekannt. Marienplatz ist das Herz der Hauptstadt von Bayern. Das ist die Marienzäule. Das ist die Marienzäule. Das ist die Marienzäule. Das mit zwei Türmen ist die Frauenkirche. Das ist die Marienzäule der Stadt München mit Zwiebel tömmen. Das ist die Marienzäule. 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 Euro, die Zwitschern. München ist eine schöne, lebendige Stadt. Der Turm kostet 5 Euro. So, jetzt stehe ich auf den Turm von München. 1. 2. Achtung, die die Katastrophäe bestellt werden. 4. Drehst du aus. Christophäe. Hö限st du? Hö限st du? Hö-h, Hö-h. Höle-h, Höle-h, Höle-h. Höierst du? Höierst du? Höierst du? Es hat sich gelohnt, so an der Füße Treppchen hochzusteigen. Da hat man einen herrlichen Blick auf München und Umgebung. Nach der Leyen, die Sturzlagerung und die Träume von München und Hübschlandung. Hier ist das große K потому, dass der Kuss um den Kuss umzusteigen. Das war's für heute. Vielen Dank für's Zuschauen. Okay. Herste Grüße aus München nach Hannover. Omoar? Omoar? Where are you from? Japan? Korea. I love Korea. I have been before 20 years. I am from Turkey. Very nice Korea. Turkey. Okay. Selam Korea. Nice to meet you. First time in Germany? First time? Second. You have been also in Turkey? I won. Next time. Inshallah. Next time.